Wie seid ihr Leute? Heute mit einem neuen Video von mir. Heute zeige ich mein Zimmer. Hier seht ihr schon mein Album 2016. Da gab es gar nichts. Ich habe nur eine Katze. Braucht es mich. Zeig weiter, zeig weiter. Hier ist mein Ligo, wo es noch andere Sachen gibt. Hier ist mein Ball. Da spielen wir mal Volleyball mit meinem Cousin. Sag hallo. Ball. Pass, pass, pass. Und hier spielen wir eben. Und hier ist mein Bett. Was macht ihr mit dem Sacken? Hier seht ihr schon meine Bälle. Ich habe 3,6 Bälle vor. Und das war es mit dem kurzen Video. Und tschottsch. Und hier ist mein Blümchen. Und hier ist dein sanct